Moin, Stefan von Crazy Detectors hier. Wir beide schauen uns heute mal zusammen an, was eine Multi-Frequenz ist und vor allen Dingen schauen wir uns heute mal die beiden Einsteiger-Multi-Frequenz-Maschinen an, die es auf dem Markt gibt und vergleichen die beiden miteinander, damit du entscheiden kannst, welcher von beiden der richtige für dich ist. Ja, wie du sicherlich weißt, geht es bei der Schatzsuche so ein bisschen immer um die Frequenzen. Das heißt, ein Militariah-Sucher braucht meistens eine tiefe Frequenz, die tief in den Boden geht, also ich sag mal 5 Kilohertz und ein Schmuck- und Schatzsucher, der auf Münzen und Kleinteile geht, braucht also eine höhere Frequenz, wie zum Beispiel 20 oder 40 Kilohertz. Das hat den Vorteil bei den 40 Kilohertz oder den 20 Kilohertz, dass wir Kleinteile besser orten können, kommen nicht so tief runter und im Umkehrschluss mit einer tiefen Frequenz kommen wir zwar tief runter, aber finden die Kleinteile nicht so gut. Das heißt, meistens hat man dann Maschinen genommen, die so ein bisschen dazwischen liegen, also ich sag mal so 10 Kilohertz, 15 Kilohertz, 18 Kilohertz, um einfach so einen kleinen Allrounder darzustellen. Seit drei Jahren gibt es jetzt eine Technik, die nennt sich Multifrequenz, die also jetzt in dem Apex drin verbaut ist und in dem Vanquish und der Riesenvorteil bei dieser Multiplex und Multi-IQ ist einfach, dass das Gerät zeitgleich mehrere Frequenzen durchschießt, anstatt nur eine einzelne, wie es sonst üblich war. Das heißt, wir haben den Vorteil, wir kommen tief runter und wir finden aber auch Kleinteile richtig gut. Ich habe dir mal die zwei gängigen Modelle rausgesucht, das ist einmal der Garrett Ace Apex, da nennt sich das Ganze Multiflex. Wir sehen uns beim nächsten Mal. und den vanquish 540 da nennt sich das ganze multi iq ist letztendlich genau das gleiche halt ja anderer hersteller unterschiedliche bezeichnung als erstes schauen wir uns mal den vanquish 540 an das heißt wir haben ein teleskop gestänge zumindest der untere schaft und das obere gestänge und der riesenvorteil bei dem gerät ist es schießt von fünf bis 40 kilohertz hat also die höhere frequenz von beiden detektoren ist super in der salzwassersuche eisenausblendung funktioniert auch perfekt und das was die meisten wollen sind zum beispiel batterien das heißt ich brauche mir also keine sorgen machen ist mein gerät geladen muss ich noch irgendwo eine powerbank besorgen muss ich irgendwo noch an stromnetz das heißt eine packung t die batterien ja reicht für dich mehrere tage aus das ist der riesenvorteil optik ist immer so eine sache ist jetzt nicht das hübscheste gerät meiner meinung nach aber tut halt seinen dienst bei der standardversion ist eine schöne große spule dabei das heißt also ich bin perfekt zum beispiel auf dem strand acker wiese und im pro pack gibt es dann noch die kleinere spule die da halt sinnvoll ist wo er verschrottete böden sind das ganze gerät ist update war es ist bis jetzt ein update rausgekommen ist ein bisschen tricky den anschluss zu finden ich blende euch das mal kurz ein und ansonsten halt super solide maschine auf der anderen seite haben wir den etwas teureren garret ace arpex wie wir sehen haben wir ein normales camlock gestänge das kennen wir ja schon und hier ist die optik ein bisschen schicker wie ich persönlich halt finde also wir sind schön schlank in gelb gehalten alles und vorteile hier sind zum beispiel diese neue wiper spule ist extrem gut in der trennung also die sieht zwar ein bisschen mickrig aus so von der vom volumen her hat aber eine extrem gute flächen abdeckung kleinteiler erkennung und trennung vor allen dingen der vorteil gegenüber jetzt dem weg ist zum beispiel für manche wieder die vergessen batterien zu kaufen wir haben hier einen internen akku das heißt wir können das ganze aufladen und müssen also nur darauf achten dass wir immer irgendwie eine powerbank dabei haben oder halt strom in der nähe im gegensatz zum vanquish ist der apex spritzwasser geschützt von natur aus das heißt wir brauchen keinerlei kappe drüber ziehen oder sonstiges also wir können im strömenden regen damit laufen und was jetzt der große vorteil hier ist ist dass wir bereits mit dem apex einen guten grundstein haben um uns ein kleines funk habitat aufzubauen denn wir bekommen zum einen funk kopfhörer für das gerät im set oder zum nachkaufen genauso wie auch den pinpointer mit dieser z-link funktion das heißt also wir können den detektor und den pinpointer über die kopfhörer laufen lassen und wir haben also ein komplett geschlossenes system das haben wir beim vanquish zum beispiel nicht das heißt wir haben keinerlei punktmöglichkeiten also jetzt von von berg aus zum beispiel außer wir nehmen uns irgendwelche bluetooth transmitter und wir können uns auch nicht per kopfhörer dann mit den pinpointern verbinden das ist also wie gesagt bei der garrett variante ein bisschen schöner dafür kostet er auch ein bisschen mehr frequenz technisch unterscheiden sich beide ein bisschen das heißt der garrett schießt von 5 bis 20 kilohertz während der vanquish von 5 bis 40 kilohertz schießt das heißt er hat eigentlich die doppelt so hohe frequenz beide finden aber meine drei testnuggets das heißt also leistungstechnisch sind sie beide gleich auf was die kleinteile angeht ein weiterer vorteil beim garrett ace ist zum beispiel ich kann die frequenzen einzeln anwählen also ich kann nicht nur in der multi iq oder multi flex laufen sondern ich kann auch sagen ich möchte heute auf 5 kilohertz 10 15 oder 20 kilohertz laufen kann mich also auf das gebiet ein bisschen besser einschießen beim vanquish ist es so ja einschalten loslaufen ich brauche nicht viel verstellen ich habe keine frequenzen die ich auswählen kann und ja nach dem umgebungsscan kann es hier eigentlich schon losgehen wie auch beim vanquish ist der garrett ace apex auch update war und für mich hat das update nochmal einen riesen sprung nach vorne gemacht denn leistungstechnisch hat sich was getan material erkennung ist wesentlich besser geworden nun und da sind wir eigentlich auch schon bei dem großen entscheidenden unterschied was mich persönlich ja er zum gerrit greifen lässt und zwar haben wir beim vanquish eine leitwerttabelle von minus 9 bis 40 einheiten während wir beim ace apex eine leitwerttabelle von 0 bis 100 haben das heißt wir haben hier also 50 einheiten mehr die uns helfen zu entscheiden ja lohnt sich das zu graben oder nicht das heißt wir haben ein ein bisschen breitere aufteilung der einzelnen signale das heißt also ich kann schon unterscheiden was genau es ist während es beim vanquish ziemlich eng gestrickt ist ist reine geschmackssache ich habe ja angefangen mit einem ace 250 mit dem at pro also ich bin eher diese 100er leitwerttabelle gewohnt und ist für mich gerade im park eher von vorteil als halt dieses zu eng gestrickt ist beide geräte haben eine super material erkennung mit beiden geräten graben wir kaum kronkorken wir haben beim gerrit ace apex noch den vorteil vom iron audio das heißt wir können das eisen ausblenden und wir kriegen so einen richtig ekligen eisen ton wenn zum beispiel ich sag mal am kronkorken das eisen da ist und das haben sie wirklich gut auf die reihe gekriegt beim vanquish muss ich dafür dann das eisen einblenden um halt die kronkorken rauszuhören da er das eisen so gut ausblendet dass ich halt das eisen nicht höre das heißt jeder kronkorken würde ein gutes signal von sich geben für wen ist jetzt also welches gerät was ist reine geschmackssache wie gesagt um es kurz zusammenzufassen beim gerrit ace apex hast du die möglichkeit mehrere systeme miteinander arbeiten zu lassen also sprich über das z-link funksystem du hast einzel anwählbare frequenzen du hast intern akku und bis spritzwasser geschützt gute trennung gute materialerkennung gute tiefe und der weg fish 540 ist er so die kategorie einschalten und loslaufen was ja auch nicht weiter schlimm ist das heißt du hast auch hier eine gute materialerkennung eine nicht ganz so gute leitwert tabelle wie ich persönlich finde aber dafür hast du batterie bist also ja sehr unabhängig von dem was du machst du brauchst also keine stromquelle in der nähe loslaufen und spaß haben wo die auswählen feuerfrei also eher die simplere maschine von beiden dafür hast du halt wie gesagt keine möglichkeit auf funk umzusteigen die entscheidung welches gerät von beiden jetzt für dich persönlich das bessere ist kann ich dir leider nicht abnehmen denn es kommt halt immer darauf an wie man selber suchen möchte also beide haben eine super leistung was kleinteile angeht was die tiefe angeht da sind sie ungefähr gleich auf der eine ist halt ein bisschen komplizierter in anführungszeichen und der andere halt einfacher der andere hat batterien der andere akku und ja die entscheidung liegt bei dir ganz alleine was du also wählst du kannst natürlich zur not auch noch mal eine whatsapp schreiben oder eine e mail wenn du dir unsicher bist und ansonsten ich hoffe ja ich konnte dir mit diesem video ein bisschen helfen die geräte zu verstehen vor allen dingen auch warum die multi frequenz so interessant ist und ich hoffe wir sehen uns in den nächsten videos schau ansonsten mal im shop vorbei schreibt mir oder melde dich einfach und in diesem sinne zu Tschüss.